Am Donnerstag gibt es nach Auflösung örtlicher Nebelfelder meist strahlenden Sonnenschein. Nur nach Nordosten hin ziehen auch mal dichtere Wolken durch. Dazu erwärmt sich die Luft nach kaltem und teils auch frostigem Start in den Tag kräftig. Nachmittags werden verbreitet angenehm warme 20 bis 24 Grad erreicht. Wind weht schwach bis mäßig, im Norden auch frisch und stark bürg. An der Ostsee sind sogar einzelne Sturmböen nicht auszuschließen. Am Freitag wird es von Norden her wolkiger, Regen fällt aber kaum. Dazu fließt wieder deutlich kühlere Luft ein, mit teils kaum noch 15 Grad. In der Südhälfte wird es vor den Wolken dagegen noch einmal freundlich und mit Höchstwerten um 20 Grad angenehm warm. Der Wind frischt auch im Süden bürg auf. Am Wochenende setzt sich wieder ruhiges und überwiegend trockenes Herbstwetter durch. Dabei dominiert nach morgendlichen Nebelfeldern tagsüber meist die Sonne. Nur Richtung Küsten und am Alpenrand sind einzelne Schauer möglich.